Hi, ich bin die Olivia. Und ich bin Janina. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Wir sind hier auf der Audi Piazza. Genau, und wir zeigen euch heute, was man in Ingolstadt alles so machen kann. Genau, aber davor würde ich sagen, holen wir uns erstmal einen Kaffee, oder? Ja, komm, fahren wir in die Stadt. Wir haben euch jetzt gerade die Donaubrücke und den Donaustrand gezeigt. Am Donaustrand ist im Sommer richtig viel los. Da könnt ihr nach der Arbeit hingehen und ein bisschen relaxen und noch einen Cocktail trinken. Genau, hier im Glänze Park kann man super spazieren gehen, auf der Wiese entspannen, sich ein bisschen im Bach abkühlen und außerdem finden hier auch die Audi Sommerkonzerte statt, nämlich das Klassik Open Air. Hinter uns seht ihr den Audi Sportpark. Da könnt ihr am Wochenende Spiele vom FC Ingolstadt verfolgen. Und wer mehr Lust auf Eishockey hat, kann zum RC Ingolstadt gehen. Zum Ausgleich kommen wir super gerne am Backersee. Hier kann man im Sommer toll grillen und baden gehen, aber auch das ganze Jahr über Sport machen und vor allem joggen. Genau, und wenn ihr keinen Bock habt alleine zu laufen, könnt ihr euch unserem Kollegen André anschließen. Der bietet hier einen Run & Train an und da könnt ihr in der Gruppe mit Kollegen trainieren und laufen gehen. Unser Tag in Ingolstadt ist jetzt leider schon zu Ende, aber wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Genau, ich setze dir Nina jetzt gleich noch an ihrer WG ab und bei der Wohnungssuche unterstützt euch Audi übrigens auch. Genau, bei mir hat es auch wunderbar funktioniert. Also, bis bald. Tschüss.